Private Debt ist nichts anderes wie die Bereitstellung von Fremdkapital durch Investoren oder institutionelle Anleger für Projekte, für Projektentwickler, für Unternehmen. Quasi der Private Debt-Geber tritt als Bank auf und beteiligt sich per Fremdkapital an einem Unternehmen oder einer Projektentwicklung. Die Aufgabe der Bank ist in Zukunft nicht mehr das Geld nur zur Verfügung zu stellen, sondern tatsächlich auch suchend tätig zu sein für Investoren. Ein konkretes Beispiel ist zum Beispiel eine Immobilienprojektentwicklung. Das kann man den Kunden lokal vorstellen. Die können sich über das Projekt informieren, entweder bei uns auf einer Investorenveranstaltung oder direkt vor Ort sich das anschauen und haben dann die Möglichkeit, in das Projekt zu investieren, bekommen das Wertpapier in der Regel ins Depot gebucht. Das heißt, sie sehen es auch, was damit passiert, sodass sie das Alte mit dem Neuen perfekt verbinden können. Der Nutzen für den Investor ist ganz klar. Er kriegt in der Regel eine verbesserte Verzinsung und er kann sich mit seinem Investment wesentlich besser beschäftigen.